So, da sind wir wieder. Die ich gleich haben musste. Ja, war ziemlich billig. Auf jeden Fall, wie versprochen, werde ich jetzt einer von euch sein. Gut, George, das war ja schon mal was. Gut, der sagt uns nur, dass das Kalecker im Norden von hier aus ist. Ich werde jetzt erstmal speichern. 200 Bits, Alter, das ist aber auch ganz schön dreist, ne? Wollte ich mal so sagen. So. Okay. Dann werden wir uns mal die Häuser anschauen und ein bisschen einkaufen vielleicht. Achso, falls ich es nicht erwähnt hatte. Double Experience. 50.000 ist natürlich ein Preis, ne? Da fällt einem ein Ei aus der Tasche. Sehr geil, kann man sich später holen, wenn man so ziemlich alles gemacht hat. Ähm, Zucker. Okay. Wir wollen erstmal einfach nur ein bisschen Medizin nehmen. Opferbutter ist natürlich auch nicht schlecht, aber brauchen wir jetzt nicht zwingend. Ja, dann kriegt der Kante auch noch Medizin. So. Sicher habe ich etwas Seife. Und ich gebe dir auch etwas, aber... Mir fehlt die Soy Sauce. Holst du mir welche? Hm. Und hier kriegt man schon reichlich nette Sachen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Speed Bonus, ne? Aber wir werden uns erstmal die Gegner anschauen, bevor ich hier irgendwas ausgebe. Da waren wir. So, dann haben wir hier zwei Häuser. Nix. Oh, Soy Sauce, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das war alles. Oh. Hier gibt es auch nix. Melody, Melody. La, la, la. Oh, hier ist niemand. Das verstehe ich nicht. Okay. Ich weiß natürlich jetzt leider auch nicht, ob dieser durch... Soy Sauce? Sure. Aber nur, wenn du mir etwas Salz bringst. Ja. Da gab es nur Zucker, ne? Ich habe den Dachs nochmal. Ich dachte, du willst Zucker haben. Scheiße. 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 Das ist immer ein guter Rat, teuer. So, wollen wir mal schauen, was es hier für Gegner gibt. Schauen wir mal, ob wir die mit normalen, äh, attacken platt machen können. Okay, das ist nichts tragisches. Für die Herren Janko, oh, für Tayo gibt das gar nichts. Aber für Janko gibt es ein bisschen was. Auch nur ein Level, okay. Da werde ich mich jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter... Also ich muss jetzt auch noch andere Gegner geben. Ich glaube in dem Leben nicht, dass das alles ist. Ich schaue mal, was hier an der Seite noch gibt. So, wie sieht der aus? Heieiei, okay, das ist wirklich keine besonders tollen Gegner. Geben kaum was. Du musst Jack sein, der Anführer der Befreiungsarmee. Ich kenne dich. Aber sei vorsichtig, in einem Krieg überleben nur die Starken. Das ist alles, was da, äh, was da, äh, ja, das ist alles. Du musst so viele Soldaten rekrutieren wie möglich. So, ich glaube jetzt, jetzt werden wir ein paar Gegner haben, die ein wenig mehr Power haben. Ich werde mit Victor mal mit der Klon-Une attackieren und den anderen nochmal. Jetzt sind wir sehen, was Tayo und Janko für Schaden machen. Ja gut, das ist ja eher lächerlich. Ja, die ziehen ein wenig mehr ab, das habe ich mir schon gedacht. Okay, der hat dann aber auch hingelangt. Und der gibt auch ein bisschen mehr Punkte. Es sei denn, man will keine Punkte haben, so wie Janko anscheinend. Oh, ich wollte ja in das Haus rein. Solange immer nur einer kommt, sind wir aber gut bedient, wenn wir diese beiden Attacken immer machen. Oh, da hat nicht viel gefehlt eigentlich, schade. Gut. Oh, Schatten. Jetzt kommt ein Zeitpunkt, da sollte ich vielleicht Victor aufladen. Ach, natürlich habe ich wieder mit ihm. Die hält er noch aus. Die hat gezogen, die hat gezogen, die auch. Okay, das war in Ordnung. Erdrohnenstück. Können wir zwar auch sehr gut gebrauchen, nur im Moment leider nicht. Können wir Stallion geben. Der hat ja sowieso schon die ganzen anderen Dinge auch. So. Und dann werden wir mal, ähm, Medi-Team benutzen. Eine. Ich glaube, das war auch nicht klein, Kalecker. Ohioioi. Also die Pusten war gut weg hier, die Gegner. Adlermann Alle drauf erstmal Da müsste es da ja ein bisschen Schaden machen Auch weg Fass es nicht So ein altes Buch Der Tag ist verdammt stark von den beiden So ein bisschen Schaden Antik eine Antiquität Naja... Oh, zu viert! Das werden ja immer mehr! Du bist das? Ja... ... Herr... ínquete... Kannst du mit deinem Herz Gehäufen, oder beziehungsweise der hat es dann ausgemacht. Anführer der Befreiungsarmee, ich pflanze Saat im Land, das deine Soldaten zerstören. Scheiße. Oh, sehr schwer hier in der Ecke die Leute zu kriegen, habe ich gerade so im Urin. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, okay, das müssen sie noch durchhalten jetzt hier. Gut, und so viel haben wir auch gar nicht. Oh, wir sind schon wieder... Oh, da haben wir das bei Melody, okay. Und damit beende ich dieses Video. Bis gleich.